Linguistik in 60 Sekunden Nummer 21 Was bedeutet komplementäre Distribution? Laute, die derselben Klasse angehören, also Realisierungsalternativen, ein und dasselben Phonem sind, bezeichnet man als Allophone. Diese Allophone können frei sein, das heißt, sie können in derselben lautlichen Umgebung beliebig ausgetauscht werden, bewirken also keinen Bedeutungsunterschied. So ist es gleichgültig, ob ein Sprecher rot oder rot sagt, die Bedeutung ändert sich nicht. Allerdings können Allophone auch stellungsgebunden sein, dann kommen sie nur in einer bestimmten lautlichen Umgebung vor, können also nicht mit beliebigen Lauten zusammenstehen. So hat beispielsweise folgendes Phonem als konkrete Realisierung die Allophone und hierbei kommt der vordere Laut zum Beispiel nur nach vorderen Vokalen vor und der hintere Laut nur nach hinteren Vokalen. Das Vorkommen von ch schließt also das Vorkommen von ch aus und umgekehrt. In einem solchen Fall spricht man von komplementärer Distribution. Komplementäre Distribution bedeutet also, dass Realisierungsalternativen ein und dasselben Phonems vorliegen, diese aber in unterschiedlichen Lautumgebungen vorkommen, da sie an bestimmte Auftretenskontexte gebunden sind.